Also, es war einmal der Prinz des Kölner Karnevals, er hatte ein wunderbares Schloss, er ging durch jeden Torbogen. Doch auf einmal kam er um ein schlimmes Erdbeben und das schöne Schloss zerbrach. Da dachte er sich, ein Auto ist doch viel cooler. Und so entstand der Prinzenwagen. Mit dem Prinzenwagen ging es zur Prunksitzung. Und dort wurde ihm von den Anwesenden ein schöner Aufgang zur Bühne des Elberrats gebaut. Vielen Dank.